Fairtrade, was sagt das für euch? So, dass die Arbeiter fair bezahlt werden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig in der Gesellschaft, dass man so etwas unterstützt, was wirklich fair gehandelt wird und nicht nur immer den kommerziellen Großhandel. Schmeckt sehr gut. Das Beste. Verdreht und bio. Wirklich gut. Danke. Wirklich gut. Wirklich gut. Wirklich gut. Zurück. Wirklich gut. Wirklich gut. Aber wirklich gut. Wirklich gut. Die ganze Zeit haben wir die Prenz an. Untertitelung des ZDF, 2020